ja hallo heute ein kurzes video zum thema schaltplan beim letzten video habt ihr euch gewünscht dass wir mal zusammen durch einen schaltplan durchgehen und dann habe ich bei vw angefragt ob wir einen schaltplan verwenden dürfen und wisst ihr was die gesagt haben die haben gesagt nein und dann habe ich mir gedacht na ja das macht ja nichts dann machen wir uns eben selber einen schaltplan und den gucken wir uns zusammen an viel spaß also wir gucken uns jetzt zusammen erst mit diesen schaltplan an das hier ist unser schaltplan und der ist ein bisschen klein deswegen ziehen wir uns den was größer also fangen wir mal vorne an das ist ein schaltplan wir in der art bei vw zu finden ist es ist kein schaltplan der wirklich zu einem fahrzeug gehört es sind auch es ist ein schaltplan der einen krassen fehler enthält das heißt also dieser schaltplan ist nun gar nicht möglich oder zumindest nicht so zu gebrauchen ja wie gesagt ihr könnt ihn nicht benutzen um einen fehler an einem fahrzeug zu finden an einem echten fahrzeug weil er zu keinem fahrzeug gehört also bitte er sieht nur so aus als wäre er wirklich von vw so und ich würde sagen wir fangen erst mal an wir klicken uns hier einfach mal durch und schauen uns mal an was es hier alles gibt es gibt also einmal den schaltplan und es gibt die legende zum schaltplan die ist auch nicht ganz vollständig weil manche sachen da habe ich einfach aufgehört zum beispiel hier in diesem bereich man sieht sc 2 sc 5 sc 6 sc 10 sicherung 10 auf sicherungshalter 10 sc 17 17 17 bis hier sicherung sicherung 17 auf sicherungshalter c das ist immer gleich deswegen habe ich nicht alle wirklich benannt so und dann fangen wir mal hier an das ist unsere batterie die finden wir auch hier unter a das ist die fahrzeug batterie und hier ist hier ist minus das plus hier kann man sehen dass eine schwarze leitung hier das das hier gibt an was es für eine leitung ist und zwar ist das hier eine eine 25 quadrat leitung das heißt eine eine ein kabel was einen einen eine querschnittsfläche hat von 25 quadrat millimetern das ist also nicht der durchmesser sondern es ist die fläche hier noch mal ist zu sehen es ist nicht nur es ist nicht nur 25 mm quadrat sondern es ist auch eine schwarze leitung und die geht von batterie minus auf 1 masse band batterie das heißt alles klar das geht irgendwo an karosserie so und hier sehen wir hier ist auch eine leitung und zwar ist es eine leitung die ist 25 quadrat oder 35 quadrat deswegen sind hier noch so ein paar sternchen ich weiß gar nicht ob ich die dazu geschrieben habe nein habe ich nicht das heißt in abhängigkeit bei einem auto was eine bestimmte ausstattung hat ist es eben eine 35 quadrat leitung also eine dicke und bei einer anderen ausstattungs variante ist eine 25 quadrat also etwas dünner so und die geht von hier zu diesem bauteil zum bauteil b was ist bauteil b da gucken wir wieder rein das ist unser starter das heißt es geht von der batterie zum starter und der starter ist hier mit masse verbunden so aber außerdem gibt es hier oben auch noch mal eine verbindung und da gucken wir mal nach 507 507 eine schraubklemme 30 das heißt hier ist irgendwo was geschraubt und verteilt sich hier über diese leitungen an verschiedene sicherungen das ist sb 5 sicherung 5 auf sicherungs halter b s a 1 sicherung 1 auf sicherungs halter a das muss man wieder gucken wenn man da ein problem sucht wo ist unser sicherungs halter a und wo ist unser sicherungs halter b hier sehen wir es ist eine 110 ampere sicherung das heißt da braucht man nicht bei den kleinen sicherungen suchen das ist schon kawenzmann hier das ist eine 150 ampere sicherung und das hier ist eine 5 ampere sicherung das ist irgendwas kleines und von dieser 5 ampere sicherung geht eine rote leitung mit einem querschnitt von 0,5 quadrat millimetern auf ein steuergerät und hier das bezeichnet auch noch den stecker und zwar ist es in dem stecker t 73 b der pin 59 hier ist es der gleiche stecker aber ein anderer pin und das hier wäre eine masse verbindung die geht einfach runter zur masse und endet bei 76 da müssen wir wieder gucken was ist 76 um ein masse punkt den habe ich nicht mehr benannt es ist ein masse punkt irgendwo also wir sind ja jetzt bis hierhin vor gedrungen und haben hier festgestellt hier gibt es eine eine sicherung sa 3 110 ampere und die verteilt sich hier wieder über diese leiste a 32 plus verbindung schalltafel und a 40 plus verbindung schalltafel 2 okay das heißt wir haben hier einen verteiler und von und hier geht dieser verteiler nicht weiter sondern der endet in einem 10 quadrat roten kabel und verteilt sich auf den nächsten verteiler gut das heißt wir haben bis hierhin haben wir plus von der batterie und das geht auf den nächsten verteiler a 66 a 66 plus verbindung schalltafel nummer 3 alles klar es verteilt sich auf diese verteile leiste und geht dann hier in das nächste bauteil und geht dann hier in das nächste bauteil rein hier in dieses bauteil gut was ist das das ist der zündschalter also unser zündschlüssel sozusagen so und der zündschlüssel wiederum verteilt wieder hier den die die spannung wieder auf die nächsten bauteile und jetzt fängt es an interessant zu werden hier das ist leider ein bisschen verschwommen aber es ist egal wir können also sehen die spannung liegt hier am zündschloss an und verteilt sich dann hier intern weiter und jetzt picken wir uns mal hier diese leitung raus hier sehen wir es ist eine schwarz gelbe schwarz gelb vier quadrat und endet hier in einer 15 was heißt diese 15 die 15 heißt ganz einfach wir sind hier bei 13 und geht dann geht das geht diese leitung hier weiter und zwar können wir die hier sehen hier ist nämlich auch eine gelb schwarze leitung die endet hier in einer 13 und hier die endet in einer 15 13 15 das heißt das hier ist eine leitung so und diese leitung geht zu a2 das ist eine plus verbindung auch wieder in der schalltafel wenn man den zündschlüssel betätigt hat liegt die spannung hier an verteilt sich hier auf auf diese beiden leitungen und eben hier auf verschiedene sicherungen auf die sicherung sc2 sc5 sc6 sc9 sc 10 sc 10 geht wieder zum steuergerät und jetzt gucken wir uns mal diese hier an die geht über eine 10 ampere sicherung und geht zu 171 das heißt wir müssen rüber fahren bis wir 171 finden hier finden wir 171 hier sehen wir es kommt von 16 es geht wieder über die gleiche leitung und hier geht es in einen ja etwas ist das f4 schalter rückfahrleuchte ok das heißt wenn man den rückwärtsgang einlegt dann wird dieser schalter geschlossen und dann liegt die spannung nicht nur hier auf der schwarz roten leitung an sondern hier auch auf der blau schwarzen leitung oder schwarz blauen leitung und geht hier wieder in das steuergerät und geht über einen verteiler 87 und verteilt sich hier wieder zu blau grünen kabeln und dann geht es wieder zurück auf 143 so und 143 ist hier und dieses bauteil ist die rückleuchte links und das hier ist die rückleuchte rechts und hier sind eben verschiedene leuchtmittel oder glühbirnen wie man halt sagt sind da drin und das hier ist dann eben unsere rückfahrleuchte also sprich die lampe die angeht wenn wir den rückwärtsgang einlegen und es geht hier also die spannung liegt dann hier an über die glühbirne oder leuchtmittel und geht dann hier auf masse so und hier das zeigt wieder an welche masse punkte das sind wir gehen noch mal los also wir haben den zündschlüssel gedreht und dann liegt spannung hier auf dieser leitung verteilt sich hier auf die sicherungen geht dann über diese sc5 auf die 171 hier ist der verweis zur reihe 16 über den schalter und dann hier nach 143 und 157 157 ist hier und 173 bzw 143 ist hier das heißt wir können hier an dem schaltplan sehen der wagen hat zwei rückfahrleuchten eine eine links eine rechts allerdings mit einschränkungen hier da sind wieder sternchen dran und dann müsste man bei einem echten schaltplan gucken welche einschränkungen gibt es da weiß ich nicht nur in europa oder nur in usa oder nur von baujahr bis baujahr da gibt es alle möglichen einschränkungen jetzt wo wir wissen wie der schaltplan zu lesen ist würde ich sagen wir gucken uns jetzt einfach mal an was wir so alles auf diesem schaltplan finden das hier zum beispiel ist eigentlich ganz interessant weil es ist eine schwarze dicke leitung die geht einfach nur von minus auf minus ja was hat denn das zu sagen da gucken wir mal hier 714 und 614 nach 714 Massepunkt Motor 1 614 Massepunkt Motor 2 das heißt es wird eine wahrscheinlich eine Masseverbindung sein irgendwo von der Karosserie in der Nähe des Motors zum Motor und das solche Sachen muss man halt auch berücksichtigen wenn zum beispiel plötzlich der Anlasser nicht mehr funktioniert weil der Anlasser ja hier irgendwie an Masse geht an dem Motor Masse höchstwahrscheinlich weil da ist er ja verbaut und wenn jetzt diese Leitung nicht mehr da ist weil sie abgefault ist oder sonst was dann könnte das sein dass der Anlasser hier nicht mehr dreht gut was finden wir noch hier in den ganzen in diesem ganzen schaltplan hier das ganze das ist ein Sicherungskasten und dieses hier dieses Wellige hier das bedeutet dass der dass da noch was dran kommt das heißt das ist nicht komplett hier auf diesem schaltplan sondern da ist noch mehr zu finden hier oben findet ihr das auch so auch so abgeeckt hier ist das da ist das das heißt hier ist das Bauteil nicht zu Ende sondern da kommt noch was da ist irgendwo auf einem anderen Schaltplan ist noch was zu finden oder oder an der anderen Stelle hier in diesem Schaltplan auf jeden Fall hier das ist da da ist halt einfach noch irgendetwas ist noch da auf der anderen Seite findet man das auch hier ist ein Bauteil da seht ihr das ist schön eckig das heißt das ist TuttiCompletti alles hier auf diesem Schaltplan und das ist J331 und da gucken wir wieder J331 das ist unser Abblendlichtrelais J828 Relais Lichthupe das ist ein Entlastungsrelais das hier das hier das ganze hier ist unser Lichtschalter also das ist das was ihr normalerweise anmacht oder dreht um das Licht einzuschalten und da könnt ihr mal sehen dass das das ist nicht ein Schalter sondern das sind eigentlich viele Schalter da drinnen und hier das sind die entweder sind das die Beleuchtungen oder Kontrollleuchten oder sonst irgendwas das heißt wir können sehen dass also auch nicht ein Kabel da dran geht sondern da geht eine ganze Batterie von Kabeln dran und diese Kabel die gehen auch in alle möglichen Richtungen also das heißt da muss man dann wirklich dann wenn man einen Fehler sucht genau nachgucken wo geht was lang und wie wird was geschaltet das hier ist einer unserer Scheinwerfer mit den verschiedenen Leuchten da habe ich die drin M1 Standlicht M1 Standlicht M16 habe ich nicht drin M18 M25 Na toll M29 M29 Abblendlicht links M30 Fernlicht M5 Blinker vermutlich habe ich habe ich nicht eingetragen so Mist muss ich noch ein wenig vervollständigen hier das ist der die Höhenverstellung von diesem Scheinwerfer habe ich die drin Stellmotor Leuchtweitenregulierung links M18 Seitenblinker dann ist das hier der andere Seitenblinker also sprich der der auf dem Kotflügel ist oder im Spiegel oder sonst wo hier das ist der nächste Scheinwerfer was haben wir hier das ist unser das ist unser Schalter für das umblenden also unser umblendschalter das ist der Schalter den wir betätigen wenn uns ein Fahrzeug entgegen kommt um eben abzublenden das hier ist unser Wischerschalter und auch da könnt ihr sehen das ist nicht ein Schalter das sondern das sind viele Schalter das hier ist unser Wischermotor das hier ist unsere Hupe das hier ist interessant das ist die Wickelspule also das ist das was im Lenkrad drin oder hinter dem Lenkrad sitzt und quasi das Kabel was da aufgewickelt ist wo drüber der Airbag läuft wo drüber zum Beispiel der Hupenkontakt geht und ja was halt auch gelegentlich schon mal kaputt geht klar weil diese dieses diese Spule dieses Kabel das geht ja immer hin und her sobald ihr lenkt bewegt sich das und dann geht es halt irgendwann kaputt das hier ist unser Hupenschalter das ist die Rückleuchte links das ist die Rückleuchte rechts das ist unser Rückscheinwerferschalter den hatten wir eben schon das hier ist unser Bremslichtschalter und hier könnt ihr sehen es ist nicht alles von diesem Bremslichtschalter sondern der geht noch weiter da kommen also noch weitere Anschlüsse hier haben wir unsere Kennzeichenleuchten wahrscheinlich sind es nicht drei sondern wahrscheinlich sind es zwei aber hier sind ja auch wieder Sternchen zu sehen das heißt es sind wieder irgendwelche Abhängigkeiten der eine so der andere so hier haben wir eine Sperrdiode die hat hier mit dem Tagfallicht zu tun das hier das ist unser Regler um die Instrumentenbeleuchtung zu dimmen hier das ist so etwas Simples wie unser Zigarettenanzünder der geht nach 43 da wollen wir nochmal gucken wir sind bei 200 43 43 43 und der bekommt die Spannung von 70 ok das läuft über das Entlastungsrelais und er kriegt die Spannung von 9 alles klar hier 68 68 68 68 68 68 hier das heißt unser Zigarettenanzünder das können wir hier in dem Schaltplan sehen funktioniert nur wenn die Zündung eingeschaltet ist weil sonst liegt hier keine Spannung an das bedeutet also wenn wir hier zum Beispiel ein Ladegerät einstecken was unser Handy laden soll dann wird es nicht geladen wenn wir die Zündung ausmachen also dieser Zigarettenanzünder liegt keine Spannung an wenn der Zündschlüssel raus ist das ist Warnblinkanlage und das ist heizbare Heckscheibe und das sind wiederum Kontrollleuchten das ist eine Leseleuchte das ist die Kofferraumbeleuchtung das ist Kofferraumbeleuchtung V12 das ist der Heckwischermotor hier haben wir die Waschwasserpumpe das ist unsere heizbare Heckscheibe und hier ist unsere dritte Bremsleuchte und ihr seht hier wieder da kommt noch mehr und hier seht ihr es endet hier in diesem Fall bei 200 bei 238 wir werden aber hier wenn wir hier mal durchblättern sehen wir hier zum Beispiel 328 das liegt einfach daran dieser Schaltplan den ich zugrunde genommen habe den ich einfach den ich halt benutze um den anzupassen weil ich muss mich ja an irgendwas orientieren der ist einfach extrem viel länger aber mit dem kann man schon mal so einiges machen und mit dem kann man schon so einiges ausprobieren so und weil dieser Schaltplan kein echter Schaltplan ist sondern weil ich den gemacht habe kann ich euch den auch einfach zur Verfügung stellen der Link dazu den findet ihr in der Videobeschreibung dann könnt ihr euch den downloaden und ja wer will kann ja mal versuchen den krassen Fehler der da drin ist zu finden wo man sagt okay das ganz offensichtlich funktioniert das hier nicht gut jetzt stellen wir uns vor dieses Auto ist bei uns und die rechte Bremsleuchte leuchtet nicht und die Glühbirne ist schon mal getauscht worden aber sie leuchtet immer noch nicht und jetzt gucken wir mal wie das hier funktioniert und da suchen wir uns erstmal die Bremsleuchten beziehungsweise den Bremslichtschalter das ist unser Bremslichtschalter das geht also einfach nur rauf zum Steuergerät so und das hier und das hier sind unsere Bremsleuchten so und hier können wir schon sehen alles klar der hat halt Masse liegt an an dieser Brems-, oder an dieser gesamten Lampe und an dieser Lampe liegt Masse an okay das ist eine Masse für alle Leuchten ja also sprich hier für alles ist das eine Masse und es sind verschiedene Massepunkte okay wenn jetzt die anderen Lampen alle gehen dann wissen wir schon mal das hier ist nicht unser Problem und das hier ist auch nicht unser Problem wir haben gesagt die rechte Bremsleuchte funktioniert nicht das heißt diese Bremsleuchte funktioniert nicht diese hier funktioniert und wo ist sie und diese hier funktioniert warum funktioniert die das ist die dritte Bremsleuchte die hochgesetzte Bremsleuchte und ich lüge euch gerade an Entschuldigung diese hier das ist die dritte Bremsleuchte die funktioniert auch das heißt also die linke funktioniert und die mittlere funktioniert rechte funktioniert nicht das geht hier zu 153 jetzt suchen wir uns 153 das ist hier alles klar das heißt die Spannung muss auf jeden Fall hier raus kommen Masse muss da sein weil diese leuchtet ja dieser Kontakt ist auf jeden Fall auch da weil die dritte Bremsleuchte leuchtet ja auch jetzt ist die nächste Frage das hier ist auch dieser Kontakt und der Kontakt ist haben wir den drin B131 nein natürlich nicht das ist irgendeine Plus Verbindung und dieser Kontakt dieser hier ist der gleiche wie dieser und der gleiche wie dieser und weil das alles eben der gleiche Kontakt ist wissen wir ja bis hier hin muss Spannung ankommen und wir wissen die Glühbirne ist in Ordnung oder das Leuchtmittel und wir wissen Masse kommt an das bedeutet also hier in diesem Kabel ist irgendwo unser Problem vielleicht irgendwo geknickt oder sonst irgendwas da haben wir ein Problem so das war erstmal der grobe Überblick über diesen Schaltplan wie gesagt den Schaltplan stelle ich euch zur Verfügung den könnt ihr runterladen diese Legende auch ich bitte zu entschuldigen dass sie nicht 100% komplett ist das ist echt viel Arbeit gewesen das zu machen und ja wie das halt so ist mit der Zeit manchmal klappt es halt nicht so wie man das gerne hätte gut wenn einer mal Lust hat zu spielen mit dem Schaltplan Feuer frei das funktioniert und wie gesagt ein grober grober Fehler in dem Schaltplan wer den findet soll mal in die Kommentare reinschreiben was er vermutet wo dieser Fehler ist ja das wäre es also zum Thema Schaltplan und ich hoffe das Video fandet ihr gut und interessant wenn ihr das Video gut fandet dann würde ich mich über einen Daumen hoch freuen über ein Abo würde ich mich noch mehr freuen rechts und links kommt ihr zu meinen anderen Videos über das Logo könnt ihr ein Abo da lassen und ansonsten vielen Dank fürs Gucken viel Spaß beim Üben macht's gut bis bald tschüss bis bald